Kumpel, hast recht, das ist mein Zuhause. Aber wenn meine Rakete die Erde nicht zerstört, dann ganz wurschtet mein Blinddarm. Dann such dir einen anderen Planeten, irgendeinen. Danke, Timmy Dörner, dass du mir geholfen hast, den besten Flag aller Zeiten zu feiern. Und außerdem hat sich mein Blinddarm wieder beruhigt. Erst ab sofort keine Level-5-Bedrohung für deine Welt mehr. Danke für die Nicht-Zerstörung meiner... unserer Welt. Deine Umarmung! Sie brennt! Hey, welche Welt hast du jetzt eigentlich zerstört? Wer von euch ist verantwortlich für diese Schweinerei? Binky war's! Zur Rettungskapsel! Ich bedauere nichts! Auflag! Rettungskapsel! Rettungskapsel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017